Yoshi, Nintendo! So Leute, herzlich willkommen zu Super Fantastic World 2. Wir gehen rein in Yoshis Rache, da können wir jetzt auch durch. Die Musik ist ja geil, weil wir jetzt nämlich alle Schalterpaläste hoffentlich, denke ich, doch wohl mal gefunden haben, oder? Jawoll! What the?! Ich fass es nicht! Ein Peach-Schädel! Äh, okay, das raubt mir jetzt gerade echt die Nerven. Das ist unfassbar. Diese Musik kommt mir bekannt vor. Wo kommt die her? Jetzt hab ich schon gedacht, Scrolling kommt schon wieder. Ich hab echt die Schnauze erst mal voll von Scrolling und Schalterpalast und Stacheln. Was hat denn hier Feuer zu suchen? Ne! Ich will groß bleiben. Oh, Spikies, Viecher oder Spiney, Spineyform. Hey! Komm runter! Das kenn ich doch irgendwoher. Woher bloß? Yoshi! Oh! Okay. Hä, was ist das denn bitte? Ist das eine Verarschung? Ich versteh's gerade nicht. Okay. Kann ich da irgendwas machen? Hier gab's hier ein Secret Exit? Eigentlich nicht, oder? Und was hat es jetzt mit Yoshis... Ach du Scheiße. Okay, mit Yoshis Rache auf sich. Ich möchte eigentlich schon gerne groß bleiben. Vor allem, man weiß halt hier auch nicht, ob das auch nötig ist hier in dem Heck. Na, das kann hier nämlich alles möglich sein. Oh, ich... Hä? Hä? Komm ich da eigentlich dann zurück mit der Shell? Ich mach mal hier ein Save-State und guck mal. Ich brauche Yoshi, um da rüber zu kommen. Wie soll das denn gehen, bitte? Die Musik ist einfach nur zuckersüß. Und jetzt? Hä? Ich versteh's nicht. Oder ist es nur um die Shell, um zu füttern? Das bringt mir doch gar nichts. Ich komme ja auch nicht mehr mehr zurück. Ich darf die Blöcke nicht machen, stimmt's? Das ist ja mies. Ich muss nochmal ganz zurück, bevor ich die Blöcke kaputt gemacht hab. Ja, oder so. Okay, Leute. Das ist nämlich echt ultra gemein. Ich darf mit meinem Schädel die Blöcke hier nicht machen, weil sonst bin ich im Arsch. Das kann mir wohl auch jemand mal vorher sagen, oder? Wie wär's mal mit einer Infobox? Nee. Hallo? Geht da jetzt gar nichts mehr, oder was? Es ist einfallsreich und es bleibt auch weiterhin spannend, so. Ich sehe es nicht ein, ständig zu verlieren. Diese Musik macht mich irre. Hallo? Achso. Wir machen jetzt eins auf. Jetzt geht gar nichts mehr, oder was? Mann! Leute! Oh. Genau. Seht ihr? Jetzt hab ich schon aus Versehen auf... Automatisch auf Load. Vorhin hab ich's gut hingekriegt. Dumm? Ich sag ihm nichts dazu. Ähm, ja. Speichern wir lieber mal. Oh, wie dumm kann man sein. Wie kommt dieser Penner jetzt auch noch hierher? Haha. Okay. Äh, du brauchst Gegner. Ich bin selten schlau. Ich bin echt selten schlau. Ich bin dumm. Moment, Leute. Safe. Dankeschön. Fress. Fress deine Viecher. Fress deine Viecher. Das reicht aber nicht. Ich fass es nicht. Da war ja auch kein Geg... Doch, der kommt wieder. Gott sei Dank. Ich wollte mich jetzt echt extremst beschweren. Weil das wäre ja echt hammerhart gewesen. Und warum jetzt Joschis Rache? Ich meine, jetzt lässt er mich im Stich bestimmt, gell? Ja, ist ja gut mit der Musik, aber... Oh, fuck. Er kann doch das Feuer essen. Soweit ich weiß. Was will der denn überhaupt da? What the heck, ey? Okay. Er kann auch diesen komischen, hässlichen Lakito fressen. Und? Ja, ich muss fliegen hier. Ach Gott. Shit. Äh, der fliegt so hoch. Haha, das sieht aus. Warum jetzt die Rache? Das werde ich gleich noch erfahren, bestimmt. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hä? Fuck you. Ja, da komme ich doch nicht mehr hin. Will der mich verarschen, oder was? Scheiß Joschi. Ah, mir egal. Hauptsache, ich bin oben. Hallo, du Arsch. Hoffentlich brauche ich den nicht noch, oder? Beziehungsweise, hoffentlich brauche ich ihn nicht groß. Hoffentlich muss ich nicht groß sein. Puh, was ist das denn hier? Irgendwie gefällt mir hier das Aussehen. Ja, supi. Boah, was war das denn hier? Kommen wir nicht da rein? Ja, ich komme rein. Aber was passiert jetzt hier mit mir? Leute, das wollt ihr gar nicht wissen. Ey, ich sage euch, durch Mario und durch diese Hacks... Ähm... Oh, oh. Das ist doch nicht der in Ernst. Was soll ich denn da machen? Hä? Ist das eine Verarschung? Ich wollte sagen, durch diese Hacks... Ach Mann, ich muss wieder so eine Scheiße machen. Darauf habe ich doch keinen Bock. Sag nicht, ich brauche Joschi hier immer noch. Leute, das... Leute, das... Das kann keiner von mir verlangen, dass ich hier... Okay. Nein. Warum? Warum macht er das? Das ist zu knapp. Ich versuche gerade mit anderen Fingern da was zu machen. Leg ihn ab! Oh, du Idiot! Moment. Oh, fuck. Man schafft es. Joschi, du Vollpfarr. Mann, dieser Scheiß-Chuck! Oh. Wie kann ich den ausspucken? Ich fasse es nicht. Hey, Trottel. Ah, okay. Suppi gemacht! Ja, äh, Leute. Aufnahme abgeschmiert. Oh, was denn? Speicher ab! Speicher ab! Ist egal. Was passiert? Okay. Mach erstmal den Chuck K.O. Aber so ist, denke ich, der Plan, dass man das so machen muss. Oh Gott, das ist echt kompliziert. So, wir nehmen das jetzt erstmal und legen das hier nicht ab. Scheiße. Okay. Stimmt, wir können hier auch fliegen. Wir machen erstmal den Chuck kaputt. Kann ich den überhaupt durch die Röhre mitnehmen? Das wehs ich ja gar nicht. Ah! Ey. Hä? Ich fühle mich jetzt echt gerade leicht verarscht. Sag er mal. Oh Gott, ich hab keinen Safe gemacht. Scheiße. Ich muss im Bildschirm bleiben, weil... Mann! Nein! Ey! Was das alles für Ärger machen kann, das hier jetzt? Das richtet mich echt extrem auf. Ja, komm, mach dein Zeug. Komm, du bist echt der vollpfassende Person. Oh! So. Kann ich da rein mit Ding? Geht ja gar nicht! Ach so. Oh! Oh, lame. Warte mal, wie kann ich abspringen? Ach so. Oh, lame! Dafür brauch ich nur Yoshi. Oh! Ach man, ich dachte extra mit der Shell nochmal, dass er hier weiterfliegen kann. Was zum Teufel? Ja, ja, ja! Ja! Das geht, das geht. Das ist leicht. Das ist nicht schwer. Äh, das ist schwer. Nein. Oh! Ich weiß. Das ist scheiße, weil... Ja, das geht ja gar nicht. Verdammte Kacke. Ich mach hier ein Save. Oh! Mami! Das ist echt nichts für schwache Nerven, Leute. Ich sag's euch. So ist es einfach. Okay, es kommt nichts mehr sowas Behindertes. Oh! Es kommt nichts mehr Behindertes, außer dieser Hammer... Hammeraffe da. Leute, dieses Level... Pfff! Da haut's mir ja von die Socken hier! Und... Oh, scheiße! Wie denn das? Hallo! Wie sollen wir denn da vorbei? Ey! Oh Gott! Um Gottes Willen! Ah! Shit! Ich hab versaut! Das ist ein Hammer-Level! Oh, das hasse ich! Oh, scheiße! Da oben ist was. Da sind Stacheln. Und ich hab die falsche. Alter! Das mach ich nur mit Save-States hier. Wo kommt's jetzt raus? Auch da hinten. Hä? Da ist Stachel! Wie soll ich da denn hin? Das ist ja fies! Moment, Leute. Das geht gar nicht, glaub ich. Ja, das ist Verarschung. Das lass ich nicht mit mir machen. Ja, wir wissen, dass es die falsche ist. Also bitte, habt ihr das gesehen? Bei die Stacheln soll ich die Wendi da... Äh, die Wendi, ja. Ist die Wendi, ne? Ja. Nur dreimal treffen. Okay! Ich beschwere mich nicht mehr. Ich hab's geschafft nach hunderten von Jahren. Also das, muss ich sagen, war schon jetzt ein Hammer-Level, ne? Schon für eher Fortgeschrittene. So, kennen wir alles. Save. Finales Schloss. Ja, und danach kommen ja noch 10.000 Sachen, ne? Von wegen Finales Schloss. Joshis Rache. Okay, es war echt Joshis Rache. Und ich guck mal nur noch mal ganz kurz, was es da noch gibt. Noch zwei Levels und das Finale Schloss wird sowieso der Oberhammer. Das weiß ich jetzt schon. Aber wir sehen uns erst im nächsten Part. Tschüssüss! Das war die Yoshina. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.